Too much for the form Uh, das sieht so sick aus H.Fox H.Fox uns noch werden zum nächsten die muss noch mal so traurig dass man so viele es braucht doch immer zu machen also ich bin wieso kann man machen ja kann man aber ich habe ein bisschen anmelde ich kann mir raten oder muss mir die erfüllen aber ich habe jetzt nicht erb unter wenn meine mobiles haben. Warte. Achso, Geins oder? Nee, voll ab und nicht. Echt? Ähm. 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 Ja. Habe ich jetzt mal schon mal gucken. Du kannst auch bei... Ähm. Wie machst du so? Oh. Was für ein Hasse. Oh. Versteckend an. Und. Alter. Und. Karin hat ohne Lulein. Achso. Karin hat ohne Luleins geschenkt. So. So. Wie man mobiles kostet es hat. Oder was hat er gesagt? Irgendwie fast doppelt so viel. Echt jetzt? Aber ich hab's. Ich hab's. Appstore gebühren. Oh mein Gott. Arthur hat ein random. Achso. Ein random. Arthur hat ein ohne Lulein geschafft. Kannst du auch nur du dich? Ja. Ne. Random. Achso. 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 Ein random Zuschauer. Ich äh. Es ist ein Disospekt hier an unseren Boy. Äh. Ja. Es gibt randoms auf dem Berlin-Smash-Kanal. Es gibt keine randoms. Ja ich so. Ein Wort habe ich auch noch. Random. Hallo. 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 Ist Hollolulu nicht der Freund von Sternimann? Wie heißt der nochmal? Mein Gott hab ich nen Namen vergessen? André? André? Ne. Lachs auf der Zunge. Sorry André. Komm mal wieder vorbei. Ich glaub der ist noch nicht mal da. Achso. Egal. Wenn du in den Watt guckst, was du bestimmt machst. Er ist nicht da. Schade. Ey. Doomdude. Ey. Sag mal eine Liste bitte. Ähm. Painting IP address. Müsst du es zugelassen? Oder was? Keine Ahnung. Ja eigentlich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mit dem Laptop. Mit dem Laptop. Stimmt. Oh mein Headtrain nähert sich. Was ist doch Eichsinn? Haben sie das Enkelsacken vergessen? Ah wie hieß mein Enkel nochmal? Sorry. Kannst du mir mal den Namen meines Enkelsacken sagen? Ach ja. Der hießt ja ein Arschmachgesicht. Wir sind 8-8-2-0. Das lag mir auf der Zunge. Das lag mir auf der Zunge. Das lag mir auf der Zunge. So hieß der ja. Oh. Oh. Hype Trade. Doom, 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 The Pride Gaming. Hype Trade. Achso. Ich hab hier auch noch einen. Wenn ich es wieder hätte, kann ich bei der Zunge weit bleiben. Alter. Ich nehme aber an, man kann nicht. Sacknaht. Das lag mir auf der Zunge. So ein All Caps heißt der aus. So steht auf seinem Puzzle. Sacknaht. Ja, gestern war ich schon beim Video da. So groß wird die Twitch App nicht sein, oder? Und dann musst du schon noch mein Passwort einfangen. Mal sehen. Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! Mal sehen! clothesline! Mal sehen! asz幾 mit selber geld schaden und dann geht Game 2 an die Fusie auf seinen Counter-Bee. Sacken hat Eich. Eben games, ja, ja, davor war es auch krass. Einmal Twitch öffnen. Fuck, ich hab noch 3 Minuten 50 schon. Leider passt mein Name gar nicht zu meinem... Hast du zwei Faktoren denn gekriegt zu haben? Ich hoffe nicht. Ne, das ist mit SMS. Wieso nehmen wir fest, aber das ist mit Correct. Ja, let's go, okay. Auf Addicadam hab ich für Twitch nicht eingerechnet. 4, 6, 3. Ich traine, Maxi, auf dem Board, lasst uns. Oh, schnell, bevor du noch in einem Halftramp kommst. Kannst du noch schnell in einem Halftramp kommen? Ja, kann ich doch. Du kannst ja noch in einem Halftramp kommen. Dann kriegst du Revolts. Ach so, ja, schon. Hab ich schon mal, ja. Ja, 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 blablabla. Ja, das war nicht so. Melee. Wo sind wir denn? BTS Smash? Oh, Rerun. Okay. Dann TPMD, dann The Waffle. Und dann Bad & Smash. Let's go. Wir sind der viel größte Melee streamer. Der nächste Größe hat nur 23 Uhr. Und darunter 5. Okay. Let's go. Der Tag wird schon deswegen ja angelegten Geschlechtsteilen, die bei Boys dann zusammenwachsen. Das sieht so aus. Im Moment, die liegen einfach so so. Alter, was ist das denn für ein... Oh. Wait, ich will nicht den Stream gucken, oh Gott. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Wie ist hab ich? Ich hab diese Endung lieber jetzt Miss Banner. Ach so, nee, du musst aber warten, dass du... Echt jetzt? Ich muss die Werbung gucken? Nee, ich kann nicht. Das ist noch ein Miss Banner. Doch, das Miss Banner. Guck mal. Yes. White apples ads break, okay. Catch around to support the stream. Da links und noch sein. Kann ich hier? Äh. How do I sub... Oh, we are in 2? Oh, there we go. Äh, wohin auch? Soll das schon. Soll das schon? Jetzt kannst du nach unten gehen. Äh... subscribe for good? Mann, how do you have... Weil wir muss mit... Soll können, denen hat seine Vorfreien bestimmt nicht. Also... Ich habe... ich habe es verbunden an der sache ist ich hatte mal drei monate macht wohl ab seitdem schon über ein jahr immer noch aber anscheinend was man pc aber schade das ist mehr je nachdem das wurde geändert Es gibt halt neue Prizing für Subs in Deutschland. Ja, aber 54. Subscrib Reels Prime, das ist doch. Oh, da geht's. Hey, subscribed! Leute, was ist denn das für ein Chat? Könnt ihr mal an das Spiel reagieren so? Wenn die am Wort gucken, wollt ihr nicht sehen, wie ihr über Sacken-Sack-Nähte redet. Da ist Peppy the Big Giraffe mit dem Prime Gaming Sub. September. Ah, deswegen ist es billiger vielleicht. Ne, ne, es ist ja nicht. Das ist ja auch Tober. Es ist Oktober. Es ist Oktober. Und da ist der Win für Komobi auf seinem Counter-Pick. Ein klares 2 zu 1. Okay, halb 2. Okay, halb 2, 10 Sekunden. Ich kann noch eins giften, aber ich muss nicht sagen. Die Spiele sind so knapp. Ja, ne? Es ist ein krasses Spiel, Leute. Stay tuned, auch wenn ich raus bin, noch in der ganzen Spiel. Ähm. Denn auch das Spiel, äh, Konstantin gegen Niki. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben einen Updog bekommen. Berlin-Zwerch hat einen Updog. Let's go! Yo! Yo! Hey Niki! Oh mein Gott! Hab ja auch einen neuen Links oder was? Wo sind die wo? Ich hab nur die beiden. Ich hab nur die beiden. Ich hab rief das Set. Oh. Keine Ahnung, was passiert. Das sind einfach 5 Updogs. Wurde verteilt. Ey, ich hab noch keine bekommen, das ist halt auch gerade gesagt. Ups. 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 Ja, Subdog. Subdog. Subdog? Subdog? Kannst es reposieren, damit ich nicht. Okay, da wir gehen. Ja, hier, ich hab nur eine Beine. Ich hab die Beine. Oh mein Gott. All das, genau. Ups. 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 Subdog? Ups. Ups. Subdog, not much. Ja, sieh, sieh nicht von alleine! Let's go! Aber ja, was ich sagen wollte, das Game davor, Winners Finals, Niki gegen Konsti, Niki gegen Wachter zu Sommer war ein 3-2 tatsächlich, man sieht, dass Niki auch in Grand Finals seine ICs rausholen wird. Ich hör auf, entschuldige, ich hab nur einen Joke gemacht. Was ist der Upjock oder was? Danke, mein Gott. Oder war das der Duell? Oh mein Gott, Alter. Ähm, Lil Fruzy in seinem Tournament Game, wenn ich das richtig sehe, ja. Oh, stop me, stop me, und erwischt. Ich schritt nicht ganz davon. Ist der Edge Card? Nein, der geht zu früh ran. Shield Drop-Up, ja, ich wusste nicht. Ähm, jetzt aber. Oh, er kippt ihm die Ledge, er kippt ihm die Ledge. Das muss er doch wissen, dass Maxi mit seiner Box immer an die Ledge geht. Ne, du klärst das bitte in Person aus für dich. Ja, guck mal wieder. Kann ja sein, dass ich ein Vierter werde. Nur weil ihr nicht hier seid. Okay, gut, dann bin ich gekommen. Gut aus der Kombi gekommen. Maxi kann das. Sein Approach ist ein bisschen... Ich hab das Gefühl, jetzt hat er auch gegen mich immer so an den Näher. So, davon kriegt er nicht viel, wenn er mal shieldet. Ich weiß das auch noch. Ja, Karon. Ist seine Hausaufgabe bis nächste Woche. Oh, er sagt, ich töte dich jetzt mit der Pack. Nein. Also ich bin dafür, dass du deine Präsentation vorbereitest. Ja, Powerpoint. Wir haben hier einen Beamer, wir haben eine Leinwand. Alles gut. Weder dem, wie gut deine war, wird sein Pricing nicht weniger machen. Der Ziel nicht angepasst. Ne, Pricing wird es ansonsten nicht weniger. Oh, kein Nii, er macht die Back Air. Reicht das? Nicht ganz. Noch lebt er. Er kommt. Oh, um den Warwick kommt er nicht ganz an den Ledge ran. Er ist Palkens 3-1. 3-1 gehört auch zusammen. Fliegt der Flussier aus dem Genieur. Hallo. Hallo.